Hallo, mein Name ist Jig Neuenfels. Ich bin der größte Trottel auf dieser Plattform. So tausend Leute. Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Abfahrt. Baduuu. Nice. Brusten generiert durch eine Chorfähigkeit. Aber Chorfähigkeiten verballern die so sehr. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Naja, der Trick ist halt, dass du im richtigen Winkel an die Kante kommst, ne? Damit er sich hochzieht. Nimm die Treppen. Cool. Das ist geil. Ich glaube, der tut nur so. Ich glaube, der tut nur so, Chad. Ja, ja, der kommt nicht hoch. Der hat Angst. Der hat Angst davor. Oh, was? Nur vier Schaden! Okay, der kommt doch hoch. Ich nehme alles zurück. Ach du Kacke. Ich hasse das Spiel. Es ist einfach so gemein zu mir. Das Spiel ist einfach so gemein, Chad. Das Spiel ist einfach so gemein. Für Ursache. Da sind die Tentakel überall. Oh mein Gott. Wohin gehen die Tentakel? Down under. Hat Sonic the Hedgehog zwei Bugfixes? Ich glaube nicht. Da ist das wohl wahrscheinlich perfekteste Game aller Zeiten ist. Was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich habe es gerade selber gelesen. Ich habe es gerade selber gesehen. Mario Kart. Will not let myself cause my heart so much misery. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Was ist das? Nein, wir können nicht. Ja, ich bin treibend komplett. Ich konnte mich aufhören. Ich bin gleich das erste Mal klar. Rade war es richtig nass. Ja, ich bin richtig nass, Sonja. Dankeschön. Ich fahre uns mal zurück. Der war nice. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Junge. Okay. Die kannst du haben. Ich schreibe ein Skritt. Ah, scheiße. Ähm. Ähm. Hat jemand Erfahrung, wie man seine Haare aus dem Föhn wieder rauskriegt? Seine eigenen? It was at this moment she knew. She f***ed up. Fuck. Dann sage ich wie immer, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hab grad meinen Charakter gelöscht. What? Ich... Ohne Positioning hast du hier keine Chance. Wir beide kommen noch ganz groß raus, hörst du? Wir beide werden die Weltherrschaft an uns reißen, okay? Okay. Hat er kurz Chat wünscht, Chat kriegt? Hö. Oh ja. Dankeschön. Danke. Oh ja, Daddy. Yes, Daddy, please. Please. Wow. Wie doll kann ich doch. Der war schon... Der war schon... Den hab ich gemerkt. Toffelscheiben da rein dürfen, können noch Salz und... Willst du spüren, Joya? Moin! Ey, cool, das ist auch lange, let's go! Ey, okay! Okay. Nein, ich will's nicht quitten. Ja. Chonk. Okay. Warum tust du das? Ich will singen. Nein. Oh no, your password is on fire. Quick, put it out. Ah! Nein! Was ist denn das für eine Scheiße hier? Nee. Nein, Mann! Nein! Nee. Nein, nein, nein. 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 Oh mein Gott. Ey. Leck. Scheiß auf dieses Game. Ohne Scheiß. Scheiß auf... Scheiß auf... Oh mein Gott. Okay, okay. LOL. Hahaha. 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 Du leider nicht, ja. Ich bin... ... Irgendwas wird hier gerade ganz schön nass. Sie hat die Klobrille... Ich habe immer vergessen, den Klo, der Klo zu machen. Fühle ich! Fühle ich, dass es mir auch mal passiert, aber ich hatte Durchfall. Also wirklich, Schätz, Hashtag abgehoben, dann wird's schwer. Boah, brrrr, heute schon so früh? Ja klar, Channy, manchmal. Ich mache immer mal... Also einmal die Woche habe ich fast immer einen kleinen Morgenstream drin. Ich verstehe jeden Mal jeden Morgen, äh, wundern sich die Leute wieder, warum ich, warum es morgens ist. Wow, ich... Wir kommen in Ihrem Hotel. Ich hoffe, Sie hatten mal einen genühen Nebenflug. Und Ihnen gefallen Ihre Zimmer. Besuchen Sie unser herrliches Feuerwerk auf dem Dach. Ups. Mach jetzt bitte nicht diesen. Wir haben hier Spaß, Digger. Guck ihn auf. Wir haben nicht genügend Steine, mein Lord. Mit Fahrrädern auf einem Fluch... Sex. Warum? Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe halt nicht, warum man... Wie, also, dass man... Also... So, Waterdrop. Hier. Guckt mal. Waterdrop. Hier, seht nur. Oh, es ist heruntergefallen, weil ich den Winkel geändert habe. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie kann man damit rechnen, dass wenn ich so mache, dass er... Die Sache ist die, Patti. Wir haben festgestellt, dass, wenn wir nur gegen Zweierteams spielen, das scheiße ist. Das gegen Dreierteams spielen ist so viel besser und gebalanceder, als gegen Dreier zu spielen. Quatsch, gegen Zweier zu spielen. Gegen Dreier zu spielen ist einfacher als gegen Dreier. Nein, gegen Zweier. Scheiße! Gegen... Dann liegen so ein paar Minen. Wo liegen die denn? Auch in dem Bereich, wo man... Ich bin aber froh, wenn die mich nicht verhaften, wenn ich da ankomme. Hä, was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Wir reinen jetzt, Leute. Ich habe keine Zeit. Ich muss mich auf die TwitchCon vorbereiten. Nee, komm, jetzt keine Katzen, Gronkh. Nee, nee, da ist die Grenze. Da ist die Grenze. Oh, ich schwöre bei Gott. Den kann ich... Den kannte ich, glaube ich... So, das hat es ihm jetzt voll gegeben. Kann er mal gucken, was er jetzt ohne mich macht. Oh, stimmt. Ich kann das verkaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß, was ich mache. Ich mache... In dem Cosplay am Sonntag laufe ich dann die ganze Zeit rum. Und dann habe ich da irgendwann so eine Schweißsuppe in meinem Schuh. Und dann ziehe ich den kurz aus und schütte das in so ein Glas. Verschließe es. Und dann verkaufe ich das am Leitmotivstand. Boah, ich glaube, Banger-Idee. Nee, ich will Streams gucken. Das war jetzt nur für den... Die Gerüchte kriegt man nie wieder weg. Wieder weg. Okay, okay, okay. Okay. Mit Kissen. Okay. Ihr beiden, ich schmeiße euch mal raus. Vielen Dank für eure Rates. Und Garak... Warum willst du uns jetzt auf einmal loswerden, wenn deine coolen Freunde kommen? Ja, richtig. Das ist echt scheiße von dir. Ja. Ich habe schon mehr von dir erwartet. Auf einmal distanzierst du dich von VTubern. Alles klar. Schau, wie du geworden bist. Was zum Fick. Was ist wo reingeguckt? In das Loch von Ela. Heiß, Gali. Bitte, wie sich das anhört. Wir haben nie gesehen. Zwei Terabyte? Okay, geil. Geil. Hast du... Was ist das? Oh mein Gott, du hast sie nicht mehr alle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wist du, dass ich sterbe? Yeah. Immer noch am Hust. Husteln die Frauen. Ja. Ach, du meinst Hasseln. Stark gespielt. Ich wäre jetzt gerne Seher, der Seher, der Seher. Ich bin jetzt auch der Seher. Der Seher bin ich nun. Ich habe Fragen. Aber ich lasse Elvira einfach mal machen. Aber ich habe Fragen. Also ich ist definitiv sau... Das Klo ist sauber, Freunde. Also Mapp da vorne, der macht mir halt wirklich das Leben schwer. Ich weiß nicht, wie ich Zweiter werden soll, wenn der jedes Mal auf dem Ersten ist. Ach, Junge. Es ist 2023. Jetzt hört auf mit dem... Tut ging danke für die 50 Bittys, du dreckiger. Ich war gerade voll in dem Hund drin, so. Dann kommst du mit deinem blöden Sound um die Ecke. Ich war emotional in dem Hund drin. Ihr seid so kranke Menschen, Alter. Ich war... Ah, Jau. Ja, genau. Willst du meine Knochen haben? Nee, passt schon. Aber da ist mein... Mein Essen ist... Da ist ein Regisborn vor mir und das verbrennt direkt. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich habe... Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Ich kann es häuten. Jetzt mal... Ich... Kack dir ins Nutella-Glas und verkauf es dir. Wirklich. Ich habe... Da hatte der... Habibi... Hab... Gesundheit. Ah, danke. Gib Gas, lieber. Ey, der fährt ja einfach raus. Dann darf ich... Oh, oh. Oh, Gott. Gott sei Dank bin ich gerade nicht in der Innenansicht. Aber ich könnte. Ja. Ja. Da bin ich auf deiner Seite. Das stimmt wohl. Aber einfach mal so zum Spaß haben. Zwischendurch. Wer war das denn jetzt? Ich weiß nicht, wenn ich On-Stream auspacken soll. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alleine nicht essen. Oh, shit. Ast, 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 ast. Au! Ich habe Kamille. Guck mal. Ich habe mir ein Kamillentee. Was ist das hier? Das ist kein Kamille. Das ist Pfefferminz. Aber scheißegal. Ich selbe Kraut. Die ist gut für Bauch. So ein bisschen so nach Jumpscare und so. Fick dich? Nee. How about now? Now? Now. Man hat sich einfach Thanos hier. Das war ein geiles Teil. Das heißt, ihr müsst Hallo sagen jetzt. Nein, du gehst jetzt nicht hin, Lörg. Abgelehnt. Are you angry? What? Oh, I thought you were yelling. No, I thought you were yelling at me. Welche englische Premier League-Mannschaft ist in der Saison 2022-23 Meister geworden? Keine Ahnung, Digga. Bremen? Manchester City. Ja, so eine Kiwi sieht aus wie ein haariger Sack. Ja. Also ich weiß ja nicht, was du für Säcke gesehen hast, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so krass wie bei einer Kiwi ist, aber okay. Na doch. Das lässt tief blicken, Mike. Nimm mal eine Kiwi mit Schale im Mund, da weißt du, was ich meine. Hier ist gar kein Schaltkasten. Oh, fucking hell. Macht schon Sinn. So, Leo macht jetzt kurz sein. Oh nein, ich habe mir. Hast du dir gerade Hasenkattel in den Mund gesteckt? Ja. Was? Oh nein, oh Gott, es kommt so viel. Oh mein Gott, es kommt so. Oh mein Gott, es ist so viel. Oh Gott, ist das viel. Oh Gott, ist das viel. Es wird warm. Der Stuhl ist nass. Oh mein Gott, ich bin es gewohnt, dass irgendwer was in meine Nase steckt oder generell in Löcher steckt. Also von... Jetzt hast du meine Katzen verscheucht? Na toll. Na, ist halt kein Stream für Pussis, ne? Und so wie ich mein Glück kenne, laufen wir gleich in einen fetten Boss-Fight. Ah, scheiße, komm schon. Kenny reitet auf einem magischen Einhorn und trampelt eine Reihe von Feinden nieder. Das ist wunderschön. Ich habe das Ganze auf ein größeres Dokument draufgepackt und habe einfach Photoshop mal machen lassen, was Photoshop denkt, was hier überall außen zu sehen ist. Das hat Photoshop dann gemacht. Und ich zeige euch sehr, sehr gerne ein kurzes Bild dazu. Who the fuck is this? Kami wunderschön geworden. So, das glaubt Photoshop. So sieht es bei mir aus. Außerhalb dieses Rahmen. Du musst dich bei den Bildern nur einmal anmelden. Das läuft aber richtig gut. Ich habe keine Unterbrechung. Aber ich habe euch gewarnt. Kinder, Kinder, Aja! Thank you, Twitch! Thank you! Oh ja! Wuh! Also wir haben noch nicht Smash-Up-Hässe gemacht. Alter, die Titten. Maschallah, die Möpse. Ich habe es gesehen. Finkt meine Mongas oder was ist los? Sind die Asteroiden geradeaus? Hä? Hä? Ich sehe die nicht! Ich schaffe es. Das ist neue Hardcore-Stufe, Leute. Komm schon! Ja! Easy! Ich muss mal kurz diese Klima ausmachen, weil... Oh! Leil! Wenn ich sie an- und ausmache, geht die Kamera an- und aus. Aber die sind nicht mehr im gleichen Stromkreis. Die Klimaanlage ist da an der Steckdose. Und meine Kamera ist hier an der Steckdose. Ähnlich ist einer. Die Pizza wie ich. Meine Frau verurteilt mich jedes Mal dafür. Ich habe keinen Teller. Und meine ganze Hose ist voll. Jetzt ist sie weg. Loch versuchen, dann Saatgut anbieten. Ich komme da halt nicht mehr richtig drauf. So, jetzt fahren. Ich verstehe nicht, warum das so krass von der Straße abkommt. Die Lore ist doch dafür da. Ach, die Lore steht auf dem Kopf. Das habe ich nicht gesehen. Ich will mir jetzt auch beenden. War heute richtig leckert, stellenweise. Besser gelaufen als... Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Sollte ich jemals Kronk begegnen, bin ich auch für Kronk, die von Twitch Clubs Germany. Weil der Twitch Clubs Germany geguckt hat. Das bedeutet, ich bin für Kronk, die von Twitch. Das bedeutet, ich bin für Kronk, die von Twitch Clubs Germany.